Hey, also sorry, ich wollte nicht über dein Geschlecht entscheiden oder so, ich wollte dich nicht beleidigen. Ich nenne nur alle meine Homies Alter und Bro und Mann, ungeachtet von Vaginalien oder Pinielissen. Wow, Deja Vu, du Mann! Kennen wir uns? Verdammt, Mann, meine Gebete wurden erhört, ich hab ne Stuntleitung zu dem Affenkönig, der da im Himmel rumhängt. Ich schätze, nachdem du ein Engel bist, der hier auf der Erde für den Affenkönig arbeitet, weißt du schon, dass ich den Truck von meinem alten Herrn wiederholen muss. Er ist echt sauer. Aber wenn wir ihn zurückholen, darf ich wieder in meinem Bett schlafen. Und ich sag dir was, es ist echt kalt draußen, ganz zu schweigen von den Hundezecken, die sich an meinen Kronjubilen zu schaffen machen. Komm schon, hilf mir den Truck meines alten Herrn zu holen. Katzen wir die Kurve, bevor der Alte hier rumballert. Er ist im Moment schärfer als der schärfste Kettenhund. Der Senatswahlkampf war echt stressig für ihn. Er ist nicht für die Politik gemacht. Weißt du, wie viel er zu tun hat? Er hat noch nicht mal Zeit zum Katzen. Scheiße, Mann, ich hab den ganzen Tag dafür gebetet. Ich hab den Affenkönig gebeten, das Jesuskind und sogar den Valentinstypen mir ein Zeichen zu senden. Und schon bist du da. Hör dich, sag dir mal was, diesen Truck zu holen wird nicht leicht werden. Dieser bescheuerte Sektor hat ihn. Ich will aufrichtig zu dir sein. Alles hat angefangen, als ich mich denen anschließen wollte. Ich meine, das klang nach einer guten Idee. Sie hatten diese ganzen Waffen, Essen und klasse Weiber. Und diese drei Dinge sind eigentlich alles, was mich interessiert. Sie sah echt aus wie eine einzige Party, verstehst du? Also hab ich gesagt, hey, Amigos, wo kann ich unterschreiben? Unterschreib hier, haben sie gesagt. Und dann angefangen, ihre ganzen Regeln aufzuzählen. Keine Unzucht treiben, das heißt übrigens kein Ficken. Kein Alkohol und keine wilden Partys, Mann. Nein, danke. Ich bin also nichts wie Bacter. Aber ich hab bedauerlicherweise den Truck meines alten Herrn da vergessen. Der ist seither echt angefressen. Mach dir gar nicht mehr. Aber mach dir überhaupt keine Sorgen, weil ich hab einen neuen Schritteplan, um den Truck zurückzubekommen. Schritt eins, mich mit Schnaps aufheitern. Dafür ist gesorgt, Homie. Schritt zwei, um jemanden beten, der mein Problem löst. Erledigt. Schritt drei. Oh, shit. Best weiß ich grad nicht mehr. Aber es fällt mir unterwegs schon wieder ein. Hör am Keule, du kannst zuhören. Alter Herr hört mir nie zu. Deswegen fühl ich mich wohl auch so ungehört. Wir kommen in letzter Zeit nicht mehr miteinander aus. Seit er kandidiert, meckert er nur noch an mir rum. Trinken in der Öffentlichkeit. Wenn ich mit meinen Waffen umgehe. So erscheint man. Aber wenn wir diesen Truck von den Peggys zurückholen, dann wird er echt beeindruckt sein, Alter. Er wird mich so sehr lieben. Und dann wird meine Mutter versuchen, mich mehr zu lieben. Um mit ihm mithalten zu können. Und dann sieht er, wie sehr sie mich liebt. Und dann wird er versuchen, mich noch mehr zu lieben. Und dann werden Geburtstage und Weihnachten total krass. Alles klar, Keuler. Hier sind wir richtig. Ganz ehrlich, Mann. Die Scheidung meiner Eltern habe ich persönlich genommen. Klar, die sagen immer, dass es klingt... Die Scheidung meiner Eltern habe ich persönlich genommen. Das wird lustig, Mann. Ich werde so richtig Wenya-mäßig abgehen. Ich mag deine... Richtig anstellt? Weiß ich vielleicht in was, was ich gerade aussprühte. Unter mich schon! Das schütze! Das schütze! Das schütze! Ja schon wieder, schon mit Erdbeer-Geschmack war. Teufel, ja! Alter, wir sind abgegangen! Wir sind wie Brosenkranz und Gildenstöhn! Mann, ich liebe die Erde! Mach dir keine Sorgen, ich bin noch da! Oh, Keule, Zeit für Schritt 4! Der Truck ist ja ganz da unten. Wahrscheinlich warten noch mehr Peggys auf uns. Die Seilrutsche ist das A und B. Wir rutschen da runter und schleichen uns an wie vollkrasse Ninjas. Scheiße, ja, Mann! Das ist der Scheißmann! Das war mega lustig, Mann! Wir kommen später wieder und machen das nackt! Fülle die Brise auf meiner Haut! Get on, E-Blo! Tja, mein alter Herr, ist sich ziemlich sicher, dass Eli und seine Whitehead uns alle noch das Leben kosten werden. Das war schon, das fühl ich nicht sicher. Meister! Ich! Will mir die Brase machen! Ich weiß nicht, das ist nicht du! Es ist nicht dieser Liefer! Ich touchedze nicht! Gute Arbeit, Keule. Schritt 5. Verziehen wir uns, bevor noch mehr auftauchen. Schritt 5. Verziehen wir uns, bevor noch ein paar Feueruntermarschmacher übrig sind. Und für mich die Bier, wenn möglich. Boah, die Schippen nehmen echt nicht auf! Schritt 5. Verziehen wir uns, bevor noch ein paar Feueruntermarschmacher übrig sind. Wir sind uns an der Kassen, Robo-Kub. Schritt 5. Verziehen wir uns an. Schritt 5. Verziehen wir uns an. Schritt 6. Verziehen wir uns an. Ja, Leine! Scheiße, ich weiß. Ich habe garantiert was vergessen, aber du hast dich gut geschlagen. Ich verrate dir mal was, Mann. Ich gründe gerade meine eigene Sekte. Und nun ist mein erster Hörky. So nenne ich meine Schäfchen. Die Sekte besteht nur aus dir, mir, meinem Cousin Sharky und einem Haufen heißer Breite, Mann. Wir kippen den ganzen Tag wieder. Lass uns einfach nur krachen, Bro. Alles klar, Deputy? Na, sieh mal einer an. Wir sehen ja fast aus wie Zwillinge. Wenigstens ist noch alles dran. Na gut, Deputy, du hast dein Wort gehalten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatsache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, um meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen, damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Deine zweite Aufgabe ist, ähm, ja, dann gib mir Bedenkzeit. Ich gebe dir dann Bescheid. Na, wen haben wir denn da? Meinen neuen Wald! Kampfleiter! 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 Da draußen ist hier, der vorgibt, ein Soldat zu sein. Tötet unsere Brüder und Schwestern und bringt dieses Projekt in die Hand. Ah, wen haben wir denn da? Dieser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwo hinflüchten. Ich weiß, dass ich das toll mache. Jäger hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Na, wen haben wir denn da? Meine neuen Wahlkampfleiter! Hab einen Job für dich! Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Natürlich nicht. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. Es geht um die Verlegung der Grenzen von Wahlbezirken und so. Egal. Die Wahlen stehen an und die Eierköpfe meinen, ich hätte so beschissene Umfragewerte, weil diese gottverdammten Peggys gegen mich stimmen werden. Man kann über die verrückten Kultisten sagen, was man will. Aber immerhin gehen sie noch wählen. Die Eierköpfe meinen, meine einzige Chance auf einen Sieg bestünde darin, die Grenzen der Wahlbezirke so zu verlegen, dass die Peggys nicht mehr ins Gewicht fallen. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Ich binne genauso leicht, wenn diese Peggys einfach nicht nur barlokal erscheinen. Ich will dir nicht vorschreiben, wie man sowas bewerkstelligt. Zwinker, Zwinker. Ich sage natürlich nicht... Ich weiß nicht, wie man sowas, wie man sowas beherbergt hat. wo man sowas, wie man sowas. Ich sage nur, wie man das denn ho hectare hat. Es ist gut in die Trennungen. Ich sage nicht. Ich sage nur, wie man sowas beherbergt hat. Ich sage nur, mirは sowas beherbergt hat. Ich sage nur, Die Welt ist nicht kaum sein. Er ist besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos. Schwach. Kraftlos. Verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommen. Und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Wir tun, was getan werden muss. Wir lesen. Untertitelung des ZDF, 2020